Gott zu verlieren war so schwer, dass er im selben Moment wieder sterben wollte. Er brannte vor Liebe und Anbetung für ihn. Er konnte nicht mehr länger allein leben. Aber wie er anders leben sollte, wusste er nicht. Und er befand sich in einem unbeschreiblichen Zustand der Angst. Das passiert, wenn ein unvorbereiteter Mensch Gott sieht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017